hallo und herzlich willkommen zu plenty plants mein name ist patricia und ich werde euch heute zeigen wie man eine pflanze abmoost und wozu überhaupt ich habe mir dafür heute in diesen wunderschönen soli roll hier rausgepickt denn hier haben wir einige nodien die war sehr gut abmosen können erstmal warum überhaupt abmosen was soll das überhaupt für einen zweck und sinn haben es ist so wenn wir hier jetzt einfach die pflanze schneiden würden hier ein steckling da ein steckling da ein steckling ist es natürlich möglich sie einfach zu schneiden ohne dass sie irgendwelche wurzeln sind aber die wahrscheinlichkeit ist natürlich hoch dass beim bewurzelungsprozess das blatt abfällt denn es kann sich ja nicht versorgen muss die gesamte energie die wurzelbildung stecken das ist natürlich auf jeden fall ein großer großer aufwand an energie für eine pflanze und deshalb gibt es da so die ein oder andere methode mit der man das ein bisschen safer machen kann dafür braucht ihr die pflanze die ihr abmosen wollt normalerweise nutze ich lebendes moos diesmal habe ich allerdings das trocken moos weil ich kein lebendes mehr da habe dann braucht ihr außerdem ein becher ein plastik becher und eine schere das was mehr braucht ihr dafür eigentlich schon gar nicht was machen wir jetzt mit dem becher und der schere wir schneiden hier einmal gerade runter und hier rein bis zur mitte ja also wirklich nur bis zur mitte wenn es geht in diesem kreis hier dieser kreis wird jetzt hier die hälfte ausgeschnitten es wäre übrigens einfacher wenn ihr das mit einer nagelschere macht da die leicht abgewundet ist ich habe meine nur nicht gefunden sie wird irgendwo in meinem pflanzen chaos rumfliegen weil damit habe ich ja beim letzten video über das vermehren von alokasien falls ihr das noch nicht gesehen habt solltet ihr das dring tun da habe ich nämlich die löcher mitgemacht in die schale für die knolle jetzt ist sie weg tja so jetzt haben wir hier nämlich so ein halbes loch dann nehmen wir uns jetzt die pflanze und ich zeige euch das jetzt einmal hier aber ich werde euch auch noch mal wahrscheinlich ein foto einblenden damit ihr das genauer seht beim bewurzeln ist es natürlich so wir brauchen den blattknoten der sich nur dir nennt das sind dieser part dieser part dieser hier und hier vorne ist auch schon wieder ein neuer ich habe vor 12 die beiden sollen auf jeden fall bewurzelt werden und an seinem blattknoten also eine nodie sind immer die luftwurzeln hier sind jetzt keinerlei luftwurzeln gewachsen was einfach daran liegt dass die pflanze hier im raum steht und nicht in einem gewächshaus oder so was kann bei einer hohen luftfeuchtigkeit trotzdem funktionieren dass welche wachsen ist aber ein bisschen unwahrscheinlicher und sobald es dann noch ein bisschen trockener wird werden die schwarz also sie vertrocknen und dann ist es wieder richtig schwer sie zu bewurzeln so deshalb nehmen wir jetzt hier unseren becher ja ich versuche das mal so dass ihr das gut sehen könnt ich glaube so sollte es gehen lege den hier so drum ja so dass der part wo der becher halb ist dieser part hier vorne nach vorne zeigt wo ihr mehr moos haben wollt dann nehmt ihr euer moos und füllt den becher einfach nur noch auf also das ist echt eine der simpelsten und einfachsten methoden irgendwie zu bewurzeln und guckt jetzt habe ich sogar was vergessen ihr braucht nämlich auch noch tesafilm und zwar um das hier wieder zu schließen die nodien die ihr ab mosen wollt müssen natürlich komplett bedeckt sein von dem moos das ist ganz wichtig und die nodien die ihr nicht bewurzeln wollt sollten auch nichts davon abbekommen also die oberste hier die lasse ich aus so jetzt würde ich wäre ich nicht so vergesslich diesen schlitz wie erzählt hier gerade mit tesafilm zu kleben und dann ist es auch schon so weit ich habe es meistens so dass ich pflanzen die ich abmose im gewächshaus stehen aber jetzt hat nicht jeder ein gewächshaus verständlicherweise da würde ich dann tatsächlich empfehlen macht das ganze ein bisschen feuchter das moos und macht dann hier oben eine folie drüber und dann bleibt die feuchtigkeit da auch eigentlich im becher drin gibt natürlich noch andere ab muss varianten die werde ich euch auch noch in anderen videos zeigen aber das ist so die die ich am allerhäufigsten verwende weil es super schnell geht ich meine becher zerschneiden drum packen moos rein und das war's also ja ist auf jeden fall einfacher als zum beispiel die methode in der man eine plastikkugel aus nicht alufolie aus wie heißt es frischhaltefolie macht da also mich nervt es einfach weil es fummelarbeit ist aber an manchen stellen ist es halt nicht anders möglich aber ich zeige es euch auf jeden fall beim nächsten mal trotzdem auch wenn ich es hasse so ich würde sagen wenn es euch gefallen hat dann lasst mir gerne ein like da ein abo da wenn ihr gerne öfters mitbekommen möchte wann es kleine videos wie diese zwischendurch gibt und nicht nur die haupt videos die immer freitags um 18 uhr kommen dann wäre es klug wenn ihr die glocke anschaltet denn dann bekommt ihr jedes mal wenn ein neues video kommt bescheid ja ich würde sagen wir sehen uns dann am freitag macht's gut ihr lieben